Hey Leutchens, mein Name ist Chris, wir spielen ein bisschen Oriented Blind Forest und wir sind noch ganz am Anfang, weil letztes Mal bin ich gestorben. Eigentlich wollte ich gerne den Baum erreichen, bin aber dann gestorben. Nicht so weit weg, weil wir müssen dann da hoch das einmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht was da unten war, ich glaube nicht 1 zu 4. Stimmt, da war die Tür nur. Einmal bin ich hinten durch. Hier gab es den Wegweiser, ich habe mich spontan entschieden nach links zu laufen, hat auch ganz gut geglaubt, nur ich wollte noch so eine kleine Fähigkeitspunkte haben und deswegen sind wir da gestorben. Ärgerlich. Genau, hier brauchen wir zwei solche Teile. Beim letzten Mal bin ich hier ganz weit nach links gelaufen. Ich würde diesmal ein bisschen anders machen, wobei ich nicht weiß, ob wir dann rumkommen. Aber wir springen immer runter. Oh, was bist du denn feines? Achso, wir fährst du ein Teil. Ah, ehrlich. Du wirst es auch nicht sein? Nö, dann kommen wir nochmal wieder. Haben aber schon so ein Türchen-Turf, ne, das ist gut. Nein. Wieder einmal runter. Nein. Wieder einmal runter. Oha, diese Augen. Reinfallen. Oha, alles willkommen. Und jetzt wieder ein bisschen. Schön. Energie. Einmal da drüber. Ich bin da, kann ich mir nach unten gehen. Oha. Oha. Ich bin da. Doch. Ich bin da. Ich bin da. Zack, jetzt können wir in der Wand rennen. Das ist gut. Dann kommen wir hier wieder hoch. Ow! Wir müssen da hoch, erstmal den kleinen Springer. Ja, geht auch. Oh, was bist du denn? Ow! Weg ist er! Warum nicht ganz hoch? Das hätten wir eigentlich nicht, nie gebraucht. Wir gehen aber zurück. Ich habe den Stein vergessen. Der ist ganz wichtig. Schnell, 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 schnell. wir warten hier einmal um auf nummer sicher zu gehen ich möchte ja nicht sterben wäre schade seht ach mist weiß gar nicht müssen wir jetzt noch einmal da hochklettern ja dann machen wir das noch einmal ungünstig hat so gut angefangen ich mach mal fähigkeiten nein fähigkeiten fähigkeiten wo war das denn überlegt wo das war hab ich nicht ganz aufgepasst aber was war denn das na steigt bloß hier gerade der wurm drinnen so ein doppelfunk fehlt mir nein das wäre was geworden wenn wir ganz nach unten gefallen wären muss erst mal wieder ein bisschen einkaufen so machen wir das schon ok das brauchen wir auch jetzt einmal weiterschieben naja wir warten hier einmal und machen das dann hier ganz entspannt schnell 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 Sodom. Jetzt können wir wieder zurück gehen und wir rennen einmal herunter und packen das Ding mal hier rein. Das Fragment. Sehr gut. Oh. Da unten haben wir eins vergessen. Holen wir das gleich noch oder kommen wir überhaupt jetzt da hin? Na gut, ansonsten können wir es glaube ich später noch einmal machen. Wir können jetzt hier weiter durch die Tür. Dann versuchen da hoch zu flitzen. Um nebenbei die Dinger da einzusammeln und das andere da zu öffnen. Gab es hier hinten noch was? Ne. Na gut, da müssen wir das Wasser durch. Öffne dich Sesam. Warum mich nicht töten, weil der liegt da unten, wir sind hier oben. Ist dann völlig egal. Boah, halt zu früh gesprungen. Oh Gott, komm, 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 komm. Da kommen wir jetzt nicht hin. Wo komm ich da lang? Ach. Fühlt sich gleich viel besser. Oh, was bist du denn für ein Türchen? Okay. Ah, ich brauche also vier Stück. Auf einmal. Zwei in einem kurzen Rücken aufladen gehen geht nicht. Ach, der schießt nach unten. Na da, schau her. Wir speichern da im Arb. Denn ich habe nur noch eins. Schießt du bitte ganz entspannt langsam? Kurz einmal geschaut. Da sind wir. Wir müssten noch einmal nach unten, nach oben. Nein. Okay, das kann man jetzt hier vergessen. Aha, doof. Ach, da haben wir auch nur eins. Oh, dann wird das gerade nervig. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann, oder eins verloren hätte, dann hätte ich das abgebrochen an dieser Stelle. Aber dann wären wir eh tot gewesen. Okay, und eins dann hat es keinen Sinn mehr, beziehungsweise da noch lange weiter zu machen. Wir warten, bis er schießt. So, da haben wir zwei Stück. So, da sind wir. Schnell reingehauen und rein, ja. Schnell reingehauen und rein, ja. Kann man ja nicht tot machen, oder? Nee. Schade. Und dann, ja. Oh, wie nahto. Ich bin ja nicht tot. Und dann, ja. 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 WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin 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 WDR mediagrin